ja hier willkommen mein name ist dann joholp und ich begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 in der letzten folge haben wir diese razor radar basis angefangen zu zerstören kaputt zu schießen stürmen was weiß ich und ich bin jetzt hier im level up bildschirm und ich würde sagen ich tue jetzt hier doch mal irgendwas investieren und zwar wollte ich obwohl das kann ich eigentlich noch später auch machen machen hat jetzt ich wollte jetzt hier natürlich verkaufen ein paar bessere preise bekommen und da werde ich vielleicht noch zum zweiten rang machen damit dem 500 kronen investieren brauche ich jetzt nicht unbedingt deswegen nehmen wir das hier jetzt so schwer zu entscheiden ehrlich gesagt automatisch speichern ausgezeichnet deswegen ja jetzt ein bisschen schwer hier auszusuchen was ich benutzen will da ist ein aufzug aber ich will hier gucken was hier noch ist haben wir ja schon ja hey da bewegt sich irgendjemand nicht wahrscheinlich töten sollte da oben ist einer aber wenn man diesmal ist das thema noch eine stelle hält batterie gott was ist das und ist das hat mir so viel schaden also nicht verteilt mir erst jetzt klar abhielt hat er eine schale essen also mitten in der schlacht so eine google schale habe ich bin ich habe ich bekomme ich irgendwann schaden weil es hat und kann ich dann sehen wir effekte nach der maximale tv plus nur vor vier prozent ich habe ich irgendwann schaden ich bekomme schaden er auf damit wenn ich vielleicht oder was hallo ich war habe ich schaden bekommen ist und hat die ganze zeit und ich kann dagegen es macht man hat wir nehmen den aufzug hier ist ich noch mal da unten unsere geben woher die mann zu oben bestimmt lieber wenn ich hier so kommen da kann man mal einer sagen ich wollte ich jetzt wieder so viel schaden bekommen auf jeden fall irgendjemanden da töten sie hat sich nicht bewegt nicht nein nein doch wieder ein bisschen munition damit aber so hat von mir da muss ich hin stimmt ich muss da der sagt mir wahrscheinlich verdammt wahrscheinlich irgendwie ziel von der anderen quest leck mich ich geh rein tag gut super schmerzen ok ok ich nehme an ich habe hier gespeichert hat sie rausgekommen ich bin jetzt auf der anderen seite oder eine typ ist die einschlag weggeschossen hat kommt frisst das da ihr brennt überhaupt schaden ja warum gut ausgewickelt ja ja komm schon heilig hoch war nicht gut man der blöde penner man hat ein auto da jetzt gilt pang fuhr nehmen die gegner wahrscheinlich mehr davon in dem vt ist es gibt es einfach nicht machen machen kommt schon wieder mit dem aufwärtigen richtig da hat er auch mit dem ist doch nicht erst ein baseball schläger gesehen glaub ich kann auch so machen das ist eure erklärung heute in so einer situation machen vielleicht eine idee du sollst den typen also das gibt es noch nicht das weg du und du mein gott doch mal vielleicht auch immer aus also ich so und zumal verweckt es wird du da Boah, da ist immer noch einer über. Ich will mich eigentlich auf den Arm nehmen. Ah, leck mich. Wie soll ich denn das übernehmen? Wo ist er? Den schnapp ich mir. Der ist sogar hier drin. Ah, leck mich. Das hat ihr Schipp gehabt. Von einem Gegner zum anderen nehme ich an. Das muss ich überhaupt hier genau machen. Soll ich die einfach nur alle töten? Ich nehme mal an, ne? Da oben ist noch einer. Der schießt mich die ganze Zeit ab, ne? Warum schießt ich eigentlich nicht weiter? Da habe ich die gut. Komm, ja. Komm ich eben. Ist bald alles vorbei. Das sehe ich noch alle Lupen gleich. Improgewehr, weil sie jetzt nicht. Hab ich da drauf. Hast Angst, was? Da bist du ja, du kleiner Bastard. Warum müssen sie sich gravieren? Scheiße. Was ist verlor? Was? Soll ich mal raschen? Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Ich hatte das doch mal... Boah! Boah! Schon wieder kann ich hier... Boah! Hält mich das viel zu schwer. Ja, verdammt. Der wirft direkt eine Granate. Ich glaube, ich verschwindet hier gleich. Das ist irgendwie voll der verlorene Kampf hier. Was ist das? Ja, das reicht's. Ich weiß nicht. Wenn man nachdenken, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist das Schwachsinn. Jeder Kampf dauert hier eine Stunde. So. Oh, wie wenig nur. Oh, die Verstärkung. Oh, das... Was ist das denn? sein kollegen wird gesprengt spielst du eigentlich ich hatte sich geduckt so wartet weit kann ich von euch ausragen Das ist nicht Ergeblich Hier sind immer noch Hänche Alter Irgendwann finde ich es auch mal genug Gehts hier oben im Snipe hin Ah Er ist hier oben noch Weh, ich verreck jetzt bei dir Schon sagen wir nicht bei dir noch verrückt Schleich der letzte Gegner So, wo ist denn hier immer noch einer Ich hatte gerade voll den Spaß Wo ist denn nur einer Soll ich mal da gehen Schade Was zum Tage war das Komm schon her du Fischer Hi! Boom! Nee, nee Weichen am letzten Moment wieder Was ist das? Was ist das? Komm schon, du harte Wursche Komm schon! Oh, der brennt sehr gut Der heilt sich, Mann Da gibt's noch nicht Da gibt's noch nicht Weil es halt hier echt nicht so schwer sein Jetzt verrecken mich Warum es nicht sich heilen können Echt jetzt Oh mein Sag mir also sie gleich immer wahr Automatische speichern Dankeschön Obwohl viele Munition Wahrscheinlich er verbraucht Ah Aber die Hölle 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 Ja Ja, perfekt Ich meinte, der letzte Gegner hier draußen gewesen zu sein Er ist da nicht überhaupt mich zu vergleichen mit Fallout 3 Wie viele Gegner hier rumlaufen Ist doch vollkommen krank hier Was muss ich denn da machen überhaupt? Ich würde jetzt gerne mal hier rausgehen, ey Ich hab die Schnauze voll von diesem Ort hier und den Raidern Wohne Also nicht normal, was hier abgeht Unbedingt bessere Waffen und weiß ich nicht Mehr Munition Und bessere Rüstungen Und alles andere jetzt bin ich ja oben okay reicht auch schon was muss ich ja machen ich habe keine ahnung da bin ich das hat hier so ein geschütz irgendwo ist der volver gewährt hat habe ich auf jeden fall noch nicht unter die bär geil das gehört hast du nicht okay was soll der scheiß wer ist da wie man da oben ist ja auch anscheinend fröhliche weihnachten wollte weihnachten jetzt bin ich einfach zu viele gegner viele gegner für meinen geschmack dafür habe ich das hier gemacht für drogen sehr schön ich sollte mal vielleicht auf die karte gucken ich weiß was ich überhaupt machen soll soll die raider erleben da ist mir schon ein bisschen klar aber sich alle töten echt wir möchten hier raus wieder warum ich mir da raus ne da ich sehe doch jetzt hier ich bin da hin gehen wir wieder raus ach ja meine güte da war da war die mission aktiviert wo jetzt da 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 oben genau mache ich auch schon und zwar kein deutlich stärker geworden aber sagt sagt ja sagt mir auch ich soll da oben hingehen warum habe ich hier so viele probleme das sollte eigentlich nicht so schwer sein finde ich jetzt habe jetzt schon zwei partien überhaupt nicht gut der projekt wird sowieso lang sein deswegen inhalt von einigen das kann ich nicht einfach gar nicht nicht versichern was zum ich überhaupt richtig muss ich überhaupt nichts machen war die letzten beiden parts waren totale zeitverschwendung das ist schön zu wissen ich heute ab hört mich doch mal also danke für nichts wahrscheinlich ist hier irgendwas versteckt aber so ein kack ich hole jetzt hier ab tschüss ich will doch nicht bieten ach ich gehe jetzt einfach da hin kämpfe gegen mehr raider nehme ich an Dreck wir sind ja am Anfang gespielt ich glaube nicht dass so viele Gegner schon auf einen zu kommen sollen ich bin jetzt hier wer sagt mich bin der richtig sonst kommt sich ich habe es echt nur kohleautomaten wo was drin ist college square und ich habe da will ob oder auch nicht ich habe keine chance gehen Hilfe was hat diese explosionen ausgelöst können die mir helfen ja ja oh ich habe ein Dings bekommen also nicht Level Up ja Level Up habe ich auch bekommen aber ich habe auch voll und so bekommen glaube ich einfach mal gut gezählt habe ich das Gefühl Level Up was nehmen was nehmen denn rüstmeister meine ahnung starker rücken weil es 25 mehr ertrag kapazität ist ruhiger an immer aufs hier genau ich glaube ab vor allem von schutzfahrt noch dürfte es verbessert das ist doch mal nicht schlecht weil solare energie ist auch nicht schlecht gesundheit wird durch strahlung regeneriert ich glaube ich tue ein bisschen ausdauer jahrs gehen ich möchte auch 5 bekommen mal gucken sowieso der party zu ändern kann ich auch den rest hier bleiben aber nix hier aufhören ganz experten schlösser und alles das einfacher knacken wenn man das her man kann alle schlösser einfacher knacken kannst meistens an alle schlösser einfacher knacken ok wenn wir noch gegner nein ich mache automatisch das meine schlösser mit meinem schlösser der vorbilder jetzt vollzeit verschwendung war sind immer so viele und er hat so lebt für das mäßig her alter bringt es noch nicht mal die krise so was hat ich immer gerne im party wenden und dann sagen wir sehen uns in der nächsten folge da ist noch ein gegner ich bin ein paar trotzdem hier und sagt bis zur nächsten folge